Deutschlands Abwehrboss Wienzegg Deutschland hat sich bei der Handball-WM Souverän als Gruppensieger ins Halbfinale gespielt. Da wartet jetzt die schnellste Mannschaft des Turniers, Norwegen. D-Online.de Reporter Benjamin Suamil weiß, worauf es gegen die Norweger ankommt. Quelle, D-Online.de Das Prunkstück des deutschen Spiels ist nicht der Angriff, sondern die Abwehr. Patrick Wienzegg ist der Grundstein, denn er macht die Drecksarbeit und treibt den Gegner zur Weißklub. Was haben die Zeichentrick-Serie Familie Feuerstein und die deutsche Handball-Nationalmannschaft gemeinsam? In beiden spielt Bambam eine Rolle. Zum einen gibt es da einen kleinen Jungen, der gerne mit einer Keule um sich schlägt und zum anderen den Chef der deutschen Abwehr, an dem die Gegenspieler reihenweise abprallen. Mit echten Namen heißt der Handballhühne Patrick Wienzegg. Seinen Spitznamen Bambam verdankt der 29-Jährige aber tatsächlich der Figur aus dem Kult-Cartoon. Wahrscheinlich heiße ich so, weil ich in der Abwehr drauf haue, erklärte Wienzegg vor einigen Jahren. Genau das tut er auch bei der Handball-WM in diesen Tagen. Zusammen mit Hendrik Bekeler ist er der Grundstein der besten Abwehr der Welt, wie Bob Hanning die deutsche Defensive bezeichnete. Die offizielle Statistik des Handball-Weltverbands hilft zu den deutschen Torwartleistungen. Quelle, D-Online.de Wienzegg ist keiner, der schöne Pässe oder spektakuläre Tore erzielt. Er erledigt die Arbeit, auf die nur die wenigsten Lust haben. Er weicht keinen Zweikampf aus, stoppt die gegnerischen Angreifer, die zum Sprungwurf ansetzen und fängt Pässe ab. Für kein Duell ist er sich zu schade. Dafür lieben ihn die Fans. Auch seine Teamkollegen lieben es, mit Wienzegg auf der Platte zu stehen. Ja, Nicole Bacher, es macht einfach Spaß, die Gegner alle kaputt zu machen mit Bäm-Bäm und Beke. Wir prügeln mit allem drauf, was wir haben. Von den Zuschauern gibt es dafür frenetischen Applaus. Auch Bundestrainer Christian Prokop bejubelt erfolgreiche Defensivaktionen wie Dore. Doch Wienzegg prügelt nicht nur auf den Gegner ein, er blockt auch viele Bälle. Mit seiner Körpergröße von 2,01 m ist danach Hendrik Bekeler, 2,03, und Finn Lemke, 2,10, der drittgrößte im deutschen Team. Zusammen mit seinen Teamkollegen sorgt Wienzegg dafür, dass Deutschland mit Abstand die meisten geblockten Würfe auf dem Konto hat. Insgesamt sind es 33, was nach acht gespielten Spielen ein beeindruckender Wert ist. Zum Vergleich, auf Platz zwei steht ein Gole mit 27 geblockten Würfen. Bekannte Situation, Patrick Wienzegg, in Weiß mit der Nummer 7, und seine Nebenmänner steigen zum Block hoch. Quelle, Wolfsportfoto-Imago Auch bei den Ballgewinnern ist Deutschland in der Spitzengruppe. 38 Mal klaute die DHB-Abwehr dem Gegner den Ball, nur Brasilien, 44, und Norwegen, 43, haben mehr. Sowohl bei den Blocks als auch bei den Ballgewinnern ist Patrick Wienzegg der beste deutsche Einzelspieler. Er ist das perfekte Beispiel für die Aussage, der erste Eindruck täuscht. Wienzegg ist nicht der Vorzeigeathlet mit Sixpack. Er bringt eher Masse mit. Trotzdem ist er sehr beweglich und versteht sein Handwerk. Dazu motiviert er seine Kollegen, spricht ihnen Mut zu und gibt ihnen Tipps. Kurz gesagt, er ist ein Teamplayer, wie man ihn sich wünscht. Auf dem Feld ist er hart, emotional, aber fair. Privat der liebste Kerl, den man sich vorstellen kann, schwärmte sein Kompagnon Hendrik Bekele. Wenn seine Teamkollegen ihn nicht Bam Bam nennen, sagen sie übrigens Papa zu ihm. Der Grund, er kümmert sich intern um viele Dinge und hat für jeden ein offenes Ohr. Er ist die Art von Typ, den du nachts um drei Uhr anrufst, wenn du einen Zug verpasst hast. Er kommt dann sofort vorbei, sagte Torwart Andreas Wolf der ARD. Für die Gegenspieler ist er kein Papa. Für sie ist er eine Wand, an der man kaum vorbeikommt. Das will Wienzegg auch gegen Norwegen zeigen. Gegen Sander Sargossen und Co. Braucht Deutschland den Kreisläufer in Bestform. Denn nur mit einem starken Wienzegg hat das DHB-Team Chancen auf den Titel. Im Amerikan-Football gibt es das Sprichwort Defense-Winz-Games, Defense-Winz-Championships zu Deutsch, die offensive Gewinnspiele, die defensive Gewinntitel. Das könnte in diesem Jahr auch auf die deutsche Handball-Nationalmannschaft zutreffen.